Wir sind Titelverteidiger, spielen im eigenen Land. Auf jeden Fall gewinnen, das ist das Ziel und da haben wir uns ein Jahr jetzt auch vorbereitet und jetzt geht es weiter nach vorne. Also wirklich toll heute ist der Tag, perfektes Wetter, perfekter Golfplatz, hat richtig Spaß gemacht heute zu spielen.